. 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 Wichtige Mitteilung an die Kooportasen, an die Jungslinge vom Stinkluck-Marth-Höfe. Bitte gehen Sie an die Kampfrichtlinie nach, die gehen in die Dürfstadt. Kuhlunnen, an die sich- und Berlinern, an die du eine Kampfrichtlinie vom Stinkluck-Marth-Höfe. Kuhlunnen, an die Wunnen, an die Kuhle-He Seidtluck-Marth-Höfe. Kein Wunnen, an die Kuhle-He, an die Kuhle-He. Die Kuhle-He. Die Kuhle-He. Halbzeit Platz 3 an der Arbeit für Wiesler Jonas der Deer Town Albert Platz 3 an der Arbeit Platz 3 an der Arbeit 3,5 an der Arbeit Das ist der Herr für Simon und der Bürgermeister Tobias. Vier Minuten. Noch eine Minute. 30 Sekunden. 20 Sekunden. 10 Sekunden. Also ich habe 5 Minuten. Dann gehen sie jetzt 6 Minuten. Also 5 Minuten ist runter. Schön.